Die ganze Energie, ziehen beide Arme an und schreien dann ganz laut Ma-Zunga! Und wir hauen die ganze Energie, die wir uns gegenseitig schenken, in den Himmel und sie begleitet uns die nächsten Monate. Ist das nicht schön? Ja, noch habt ihr nichts geleistet. Aber wichtig bei der Sache ist, dass ihr nicht vergesst zu atmen. Ja, weil in einem Atemzug wird das nicht funktionieren. Aber in drei ungefähr. Okay, wir sind bereit! Macht euch locker! 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 Vielen Dank.